Hallo und wir begrüßen Sie bei der Firma Stiers. Das ist eine Motorleinwand mit grauer Projektionsfläche. Sie ermöglicht bessere Schwarzwerte und wird weniger durch Raumlicht aufgehellt. Sie sehen eine Leinwand mit 1,0 Gain und 150 Grad Reflexion. Wir zeigen Ihnen nun ein paar kurze Filmausschnitte. Wir schalten etwas mehr Licht ein und zeigen Ihnen ein paar Motive. Trotz seitlichem Licht und Raumaufhellungen bekommt man mit dieser Leinwand sehr gute Resultate. Für weitere Informationen schauen Sie einfach auf unsere Webseite oder rufen Sie uns an.